Die ersten schönen Frühlingstage, fantastisch, oder? Und da waren Sie bestimmt auch auf der Terrasse oder wenn Sie einen Garten haben, natürlich auch im Garten. Und da muss man sich so ein bisschen um die Gartenpflege kümmern. Man fängt an, so ein bisschen was zu tun. Und man guckt natürlich auch, was brauche ich für meinen Garten? Wird es vielleicht Zeit für neue Gartenschläuche? Oh ja, die alten sind schon in die Jahre gekommen und die sind doch auch so schwer. Die mag man gar nicht mehr ausrollen. Denn es gibt Neuheiten, gerade wenn es um Gartenschläuche geht. Und die benutzt man dann auch so gerne, um die Pflanzen zu wässern, um mal eben die Gartenmöbel abzuspritzen. Fantastische Qualität, die wir haben und so praktisch. Also haben mich total begeistert. Sensationell, was wir hier haben. Mich auch, denn die sehen hier erstmal auf den ersten Blick aus wie schöne, rote, aber ganz normale Schläuche, wie man die eben kennt. Gartenschläuche, aber hier kommt die große Besonderheit. Denn die können sich auf das Dreifache ihrer eigenen Länge ausdehnen. Das heißt, die kommen auf die ganz handelsüblichen, ganz normalen Anschlüsse von ihrem Garten, von dem Wasseranschluss dran. So, und die haben jetzt hier eine Länge von 10 Meter. Ich habe zwei für sie mitgebracht, das sind jetzt erstmal 10 Meter. Sobald da aber das Wasser durchfließt, können die sich bis zu 30 Meter lang ausdehnen. Aber was ist jetzt der große Vorteil an denen? Natürlich zum einen super sparsam im Platz. Wenn Sie ein kleines Gartenhäuschen haben, so eine kleine Gartenlaube, da hat man ja eh immer Rasenmäher und Rechen und Gartenmöbel. Da ist es ja immer schön, wenn ich hier Platz sparen kann. Was ja aber auch noch ganz besonders ist, ist diese Ummantelung. Das ist nämlich hier aus Stoff und nicht aus Latex oder Gummi, wie man das sonst kennt. Weil Gummi wird ja durch UV-Einstrahlung, durch Sonneneinstrahlung, durch verschiedene Wettereinflüsse immer sehr schnell porös und irgendwann kann man die wegschmeißen. Das ist hier ganz einfach anders. Die sind extrem langlebig. Durch diese Stoffummantelung sind die super langlebig. Ich kann die hier bis aufs Dreifache ihrer eigenen Länge ausdehnen. Sie sehen das schon. Das heißt, aus 10 Meter mache ich mal eben locker 30 Meter. Und auch wenn ich jetzt mal hier, wie wir das hier haben, über unsere Steine, da mal so langkomme, gehen die nicht so schnell kaputt. Ich kann die auch nicht so knicken, wie das mit anderen der Fall ist. Wenn die mal verknoten, gehen ja herkömmliche Gartenschläuche sehr schnell kaputt. Auch das Phänomen, das gehört ab sofort der Vergangenheit an. Hier sehen Sie noch mal Wasser rein. Dann dehnen sie sich bis auf die dreifache Menge aus. Und das ist schon wirklich enorm. Also großer Vorteil. Die sind extrem langlebig. Die sind robust, die können nicht knicken, die gehen nicht so schnell kaputt, die können nicht verknoten. Und wie gesagt, die sind extrem platzsparend. Und häufig hat man ja wirklich nur ganz wenig Platz dann auch. Hier ein innovativer Gartenschlauch. Quasi magisch dehnt er sich aus von 10 auf 30 Meter. Und Sie sehen kein Getüttel mehr mit schweren Gartenschläuchen. Zack, die gehen von alleine auseinander und sind hier in einer Wahnsinnsqualität. Wir haben ja auch ganz spezielle Anschlüsse an diesen Gartenschläuchen. Das sind so vergoldete Aluminiumanschlüsse. Ja, also sehr hochwertig, sehr langlebig. Und natürlich auch der Mandel, der ist hier noch mal geschützt. Ja, der kann nicht so schnell porös werden. Und deswegen haben wir hier hochwertigste Materialien verarbeitet und das zu einem absoluten kleinen Preis. Normalerweise kosten solche Gartenschläuche schon so ab 40 Euro geht das los. Nochmal, das ist kein normaler Gummi-Gartenschlauch, wie Sie das sonst kennen. Das ist, wie gesagt, der dehnbare Profi-Gartenschlauch. Habe ich auch schon in Gärtnereien gesehen. Die nutzen sowas auch, also gerade wenn du sehr viel wässern musst, wenn du sehr große Flächen hast und wenn du vor allen Dingen auch viel so Steingärten hast, wo die Schläuche dann eben auch mal hier über die Steine dann gezogen werden, dann gehen die ja normalerweise auch schneller kaputt. Aber wie gesagt, die können nicht so schnell knicken wie diese Gummischläuche. Auch wenn da hier mal ein Knoten reinkommt, gar kein Problem. Das macht denen nichts aus. Die sind robust, die sind dafür gemacht, eben für den täglichen Gebrauch. Und wenn das dieses Jahr wieder so ein Sommer wird, wie im letzten Jahr, dann erfreuen sich über sowas nicht nur die Blumen, sondern vielleicht auch die Kinder, dass man die mal schnell absprühen kann. Also das ist was, was man braucht. Wie gesagt, bis die dreifache Länge können die sich ausdehnen. Sie sehen das hier schön. Und sobald das Wasser wieder abgelassen wird, dann ziehen die sich auch automatisch wieder zusammen. Also großer Schlauch auf kleinstem Platz, wenn Sie nur eine kleine Gartenlaube haben. Auch da ist das ideal. Und klein ist heute auch der Preis. 37,91 Euro hier für den Schlauch. 10 Meter, klein und kompakt, aber dehnt sich dann auf 30 Meter aus. Also hier 30 Meter Gartenschlauch für 37,91 Euro. Jetzt gleich zugreifen. Und hier sehen wir nochmal diese tollen Anschlüsse. Aluminium vergoldet hier sehr schön. Super praktisch gemacht. Und dann natürlich hier diese Stecksysteme herkömmlich für Ihre Anschlüsse gemacht. Ein dehnbarer Profigartenschlauch. Perfekt für jeden Einsatz. Die Bestellnummer, die NX 5594 und die 56910 auf 30 Meter Royal Gardener Qualität. Wir haben das Ganze auch größer noch, wenn man den etwas länger braucht. Es gibt natürlich einige auch, die einen größeren Garten haben. Und da haben wir auch die größere Variante. Also der erste hatte 10 Meter und dehnbar bis zu 30 Meter. Und wenn Sie jetzt aber ganz große Flächen haben, also wirklich riesen Gartenflächen, Beet oder was auch immer Sie im Sommer dann bewässern möchten, dann haben wir hier jetzt noch 17,5 Meter. Aber auch der ist unter Wasser ausdehnbar bis zu 50 Meter. Wenn ich jetzt einen 50 Meter Schlauch in der Gartenlaube hätte, das nimmt viel Platz weg. Aber 17,5 Meter, das ist schon wirklich platzsparend hier verstaubar. Auch hier wieder eine super Ummantelung aus diesem Textilmaterial. Es wird nicht porös. Es ist geschützt vor UV-Strahlung. Sie kennen das dann auch. Dann scheint die Sonne, dann regnet es wieder. Und dadurch wird so ein Schlauch super schnell porös. Das ist hier nicht der Fall. Sehr, sehr langlebig. Also da spart man auf Dauer sehr viel Geld, liebe Zuschauer. Und deswegen kann ich nur sagen, unbedingt die Bestellnummer notieren, oder? Die NX5593 und die 569, NX5593 und die 569, dann haben Sie 50 Meter Gartenschlauch. Und Sie können natürlich dann auch zwei Schläuche kombinieren. Das ist auch kein Problem. Ja, auch das durch diese Klick-Systeme ist das gar kein Problem. Also man kann jetzt natürlich sich auch zwei bestellen. Den kleinen, den großen. Schauen Sie einfach mal, wie viel Fläche haben Sie zu bewässern. Viele haben ja auch, also bei meinen Eltern zum Beispiel, die haben eine Hanglage. Und für die ist dann natürlich so ein ganz, ganz langer Gartenschlauch optimal, weil dann musst du nicht immer erst umstecken. Dann kannst du wirklich einmal komplett durchs Ganze, oder um das ganze Haus herum, also wenn Sie da wirklich ein Häuschen haben, was direkt auf einem grünen Gartenfläche oder einem Grundstück steht, dann kommt man da wirklich einmal komplett ringsherum. Und das ist ja das Schöne, ja. Sie kommen da selbst um die Kanten, um die Ecken, was normalerweise einen ganz normalen Schlauch kaputt machen würde, kommt man hier rum. Gar kein Problem. Die sind so elastisch. Und da macht es eben auch nichts aus, wenn ich mal irgendwo kurz hängen bleibe. Das ist gar kein Problem. Hier sehen wir es auch noch mal ganz elastisch, sehr dehnbar. Der tolle Aluminiumanschluss hier. Nochmal dieser Goldfarbene. Dann natürlich diese extreme Länge, die wir hier bei dem Modell haben. 17,5 Meter. Dann rausdehnbar, zack, auf 50 Meter. Das macht der automatisch unter dem Wasserdruck hier quasi magisch das Ganze. Sie müssen sich um nichts kümmern. Und der enttüttert sich auch von alleine. Und natürlich, wenn Sie das Wasser abstellen, zack, wird er automatisch wieder ganz, ganz klein. Das Wasser geht wieder raus. Und Sie können ihn wieder klein und ganz kompakt natürlich auch schön zusammenpacken. Der lange Gartenschlauch hier. 17,5 auf 50 Meter. Dehnbar mit der Bestellnummer NX 5593. Und der 569 natürlich hier auch für Sie zum Spitzen-TV-Sonderpreis. Da sind die Kollegen jetzt für Ihre Bestellungen da. Unter der 0180 51 51 3 mal die 2. Greifen Sie dazu. Ich nenne Ihnen auch noch mal die Bestellnummer von unserem Modell 10 auf 30 Meter. Der ist schon stark nachgefragt natürlich. NX 5594 und die 569 ist da die Bestellnummer. Natürlich auch hier ein super TV-Sonderpreis. Vielleicht haben Sie sich die schon mal angeschaut, diese Modelle. Die gibt es ja momentan wirklich bei vielen Anbietern. Hier jetzt bei uns zum TV-Sonderpreis. Sie können auch noch mal schauen unter www.pearl.tv sind Sie jetzt auch für Sie aufgeführt. Und dann viel Spaß beim Wässern.